Naturbut Ophofen Herzlich Willkommen auf dem Naturbut Ophofen in Leverkusen. Ich bin Jannis und das ist meine Mutter Maike. Wir testen für euch heute eine App. Mit der App Naturblick könnt ihr Pflanzen und Tiere bestimmen und so mehr über die Natur in Leverkusen und anderswo erfahren. Ich will mal hören, was hier gerade so singt. Dafür drücke ich auf Vogelstimm aufnehmen, warte ein paar Sekunden und drücke dann auf Stopp. Dann muss ich noch ein paar Sekunden warten und dann auf Ausschnitt drücken. Dann muss ich wieder ein bisschen warten und dann habe ich gehört, dass das Rotkehlchen hier gesungen hat. Genau, die App Naturblick ist vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Wie ihr seht, ist es ganz leicht, also probiert es selber aus. Viel Spaß. Wichtig ist auf einen Blick. Von vielen Apps, die wir getestet haben, scheint uns diese App als gut geeignet. Sie ist kostenfrei. Die App ist geeignet für iOS und Android. Naturblick kann in der Natur, aber auch im Garten oder auf dem Balkon genutzt werden. porque es dafür ist kein ganzful on тяж кстати, Ents candidatРИger es hinterher, weil unseren Diamond hat eine Königwerks Get !" Beide!